Verliere! Get set up! Get set up! Get set up! Hallo und herzlich willkommen bei Flip. Ich bin Ella. Und ich bin Kostas vom Kanal Kostaskin. Das hier ist die erste Folge von SadistenTV. Wir haben ja gerade die Upcycling-Woche. Und wir haben uns gedacht, was gibt's denn so was im Keller rumliegt, damit man irgendwas Witziges anstellen könnte. Und wir sind auf diese Arm-Muskel-Elektro-Schocker-DGCs gekommen. Hast du nichts Besseres gefunden als diese Elektro-Schocker-Dinger? Nein, Mann! Was ist das oder was? Wir machen eine Challenge. Ich trenne hier an gegen die Nase und wir machen ein paar Sachen und gucken, wer sich besser schlägt. Mal gucken, ob du noch so lachst, wenn ich dich runden Boden getreten habe. Wir starten mit dem ersten Spiel. Mal nach Zahlen. Los geht's. Strom an. Eins, zwei. Au! Guck mal! Ich hab sie, ich hab sie. Au! Es ist egal, wie man anspannt. Du kannst einfach überhaupt nichts machen. Ich hab hier was gezeichnet. So fertig. Au! Ich krieg's nicht aus! Ich krieg's nicht aus! Ich krieg's nicht aus! Also, wenn man jetzt diese Vorlage anguckt, finde ich schon, dass du gewonnen hast. Du hast den Punkt. Ist okay! Na gut! Ich würde sagen, wenn du jetzt hier gewonnen hast, gehen wir jetzt mal runter und machen die Wasser-Challenge. Das wird easy! Das wird easy! Das wird easy! Lippenstift-Challenge. Yes! Eins, zwei, drei! Ah! Du hast einfach mal den Lippenstift zerstört! Guck dir mal bitte einfach diesen Lippenstift an, ja? Also... Voller Körpereinsatz! Ich hätte mir die Augen damit anmalen können, ich hätte gewonnen. Die Aufgabe war, traf den Lippenstift schön aus! Die Jury hat entschieden... Gleichstand! Nachdem jetzt die Lippenstift-Challenge abgeschlossen ist, geht's weiter mit der Rasier-Schaum! Okay, auf die Plätze! Fertig! Los! Oh Gott! Oh, das ist dagegen zu halten! Fertig! 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 Fertig an den Ohren! Nächste Challenge ist Mikado! Jeder hat drei Leben. Wer zuerst alle drei Leben aufgebraucht hat, hat er verloren. Fertig! 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 Au! Au! Ha! Warte mal! Fertig! 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 Halt! Ja! Ihr habt verloren! Juhu! Alles oder nichts jetzt, wa? Ja, Mann! Die nächste Challenge sind... Nägel in die... Holzleiste... Hauen! So aus dem Weg! Los! Warte, warte! Das geht jetzt nicht! Halte die Zeit an! Das geht jetzt nicht! Au! Fass mich nicht an! Wow, war das toll! Wir hoffen, das Video hat euch gefallen! Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt gerne weitere Vorschläge in die Kommentare, was wir als nächstes machen könnten! Oder lasst es sein! Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Haut rein! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!